Moin Leute, ich komme gerade frisch aus dem Stream und habe euch noch versprochen, heute ein Video rauszuhauen. Die letzten zwei Videos waren 30er Bombs, deswegen dachte ich mir, als drittes Video musste natürlich wieder eine 30er Bombe her. Ist eine sehr geile Runde mit Felix, er spielt es Dugin-Trio, da habe ich eine sehr klasse Runde gerissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Stream oder im Video wieder. Haut rein! Nein! 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 Bro, im selben Moment! Oh, Bro. Schön. Würde mich auch gerne bedanken, aber du hast einfach zu viele Follower. Früher war alles besser. Hö, wie meinst du Lars? Nein! Bro, was machst du da? Bro, du fängst an auf dem im Haus zu schießen, ich renne zum Haus und er kommt genau da, wo ich denk. Ah, no way! Oh! Verbenster. Verbenster. Was passiert hier gerade? Einer verbrannt, einer One-Shot. Oh, das Bounty ist einfach Open Field. Was machen die denn? Ich glaube, ich bin halt übel sexy. Wieder in die Werkstatt, gar kein Bock. Bro, wie kann man denn so Pech haben? Any chance for EGF? Wieso ist der zweite nicht getrockt? Plötzlich klappt er echt die Klamass da dran. Bro, hör doch mal auf alleine zu sein. Bro, hör doch mal rein. Hör doch mal rein. Ach, übertreib mich trotzdem. Ja, bei mir. Direkt on me. Knocked. Noch einer war mal aus dem Auto ausgestiegen. Ich hab's gesehen. Und die anderen aimen uns ab. Schiff Break. Und One-Shot. Er ist gestunt. Andere, weak, weak, weak. Hol den, hol den. Andere gestunt drin gestunt. Oh, ich hab's geguckt. 2. Hitmarker. Jan, Dankeschön für die 500-bit, schau doch mal bitte an... Es sind zwei... Hast du mich gegen geklaut? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Der Sheepwreck, der mit dem Schild. Ich hole den. Er ist 1-Shirt, er ist wohl 1-Shirt auf ihn. Es stehen noch 5 Leute links an der Mauerbahn an welche. Nein, 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 nein. Ich kann mich selfen. Bitte, bitte, links im Haus an welche, Bro. Rechts habe ich einen. Ja. Immer noch am Snipen. Nice. Ein Team hier im Haus bei uns. Also nicht bei uns, sondern du weißt wo. Zwei mindestens. Ja, ja, ja. Eine ganz hinten. Hier das hier meinst du? Ja, ja. Zwei Stück da drin. Und einer müsste doch noch irgendwo hinter die Heer gelaufen sein, oder? Ne, ne, die zwei wird getötet. Ist halt irgendwo noch ein einzelner. Ja, das ist der, der wahrscheinlich auf der anderen Seite war. Ja. Ich habe einen genockt da drin. Einer hat Fenster zu kaputt gemacht. Schön. Ja. Ja, und die anderen sind hier. Achso, ich habe die beiden. Oh nein, die sind schon geflankt. Recht, 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 recht. Was? Sie sind schon... Sie sind schon... Wernst du siehst? Starkerrunde, Bro. Ja. Bis zum nächsten Mal.